hab ich noch nicht mit der person auf twitter geschrieben da bin ich stegi weiß man wie ich aussehe ja ja okay ach ich hab das so ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern dass ich das gefragt habe wenn du deine fragen nicht vermerken kannst wie willst du dann richtig raten ich hab irgendwie war die letzte zeit nie wirklich was ja vielleicht haben wir 169 likes würde den mark auf jeden fall freuen also du hab mal ein like jo leute was geht und willkommen zu wer bin ich mit sarah hi etwas hi ja auf jeden fall haben wir uns vorgenommen heute einmal wer bin ich zu spielen und sarah hat einen namen ich habe einen namen und wer das spiel wer bin ich nicht kennt es geht einfach darum dass man sich gegenseitig fragen stellt und dann rat oder errät welcher youtuber der andere ist und ja wir fangen dann direkt an sarah ladies first alter ich bin so schlecht in dem spiel bin also bestimmt ein junger oder ja bin ich mit der person befreundet nein okay ich hab ballon ich weiß es nicht was jetzt okay jetzt bin ich ja okay dann nein okay bist du nicht bin ich ein mädchen nein ist auch voll die dumme frage weil es drei gibt oder so aber dann hätte ich schon gewonnen wenn das vielleicht einfach okay egal du spiele ich nur mc ja weiß ich nicht privat oder meinst du auf dem kanal ja auf dem kanal ja habe ich über 100.000 abonnenten ja habe ich noch nicht mit der person auf twitter geschrieben alter ich stocke dich nicht auf twitter das weiß ich nicht du weißt die einzigen ja okay wenn wenn ich wenn ich wenn alle die ich kenne also alle die wo ich weiß dass du mit ihnen geschrieben hast dann ist das nicht so nein okay habe ich über 20.000 abonnenten ja habe ich erfüllt aber nee wir dürfen nicht so viele fragen von den zahlen sagen das wäre langweilig habe ich eine sehr markante begrüßung also die man kennt und wo man weiß das ist die krasse begrüßung von dem und dem weiß ich nicht warte ich muss mir kurz videos angucken warte locker ich höre jetzt sowas da ich auch gerade angst habe ich mache das jetzt richtig leise an warte warte nein eigentlich nicht okay nein also ich habe keine besondere warte mir fallen jetzt schon keine fragen ein weißt man wie ich aussehe nein okay gut mache ich hauptsächlich pvp-staff auf meinem kanal oder bin ich also der bautyp so ein jump world und so warten sie weiß ja gar nichts über den oder frage gestellt die frage ist einfach ob ich hauptsächlich pvp-sache auf dem kanal bringe also bin ich so so habe ich persönlich mit der person kontakt nein okay ich bin nur mc und weiß nicht wie ich aussehe ja angst dass ich die person halt nicht kenne ne tja habe ich über 500.000 abonnenten ja was man darf nur zwei fragen mit zahlen stellen okay du hast jetzt beide gestellt schon okay okay nächste frage ach so ach ja es war ein jahr da bin ich stegi nein ach schade ich habe über 20 ks zu gesagt und ich bringe pvp-staff bin ich baste ghrg nein alter wir gehen jetzt schon die fragen aus weil man weiß ja nicht mal wie ich aussehe war ja ich stelle jetzt einfach mal so eine frage bringe ich so also bin ich so für pvp bekannt ja schon du hast nicht zu dieser person kontakt oder warte musst du nicht mit ja dann antworten ja aber ich habe ich nicht aber ich also ach okay die frage war doch nicht so hä ach egal ich habe mich gerade selber mit dem nicht egal machst du okay habe ich über 100k ja ja toll habe ich eine aktive community für meine zahl ja nicht so nee dann weiß ich vielleicht wer ich bin aber du bist hä wir fallen überhaupt keine leute eine hast du mit dieser person kontakt hast du doch schon gefragt nein das habe ich dich gerade schon gefragt stimmt okay warte warte habe ich eher so eine kiddie community so glaube ich nicht okay man kann nicht einfach stein also ausschließen zum okay 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 was was das denn lachen es war kein lachen ähm und zwar war ich schon mal in warro dabei ja bin ich felsen nein warum bin ich denn nicht felsen war ich schon mal bei warro dabei ja habe ich eine aktive community wenn wir dieselben haben ich sage mich dort ja was kann nicht weiß man wie ich aussehe ja ja ok bringe ich auf meinem kanal auch vlogs also so habe ich so viele videos ich habe keine leute ein bin ich für irgendeinen dem modus bekannt kann man so nicht sagen nee eigentlich nicht kann man nicht so sagen bin ich schweizer oder österreicher nein kein wenig locker kenne ich die person nicht klar wenn nicht dann dann haben habe ich habe ich gefragt habe ich warro dabei bin ja hast du und du bist bei warro dabei herzendickwunsch ach ich hab ach so ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern dass ich das gefragt habe wenn du deine fragen nicht vermerken kannst wie willst du denn richtig raten oder richtig verbindet man mich hier mit einer person beispiel stegi mc expert ja schon da bin ich gut in pvp also sehr sehr gut so kann ich heute kann ich habe nie gegen den gespielt also ich weiß nicht ob er gegen basti gewinnt das kann als beispiel ich weiß es nicht okay ist es jetzt ein ja oder nein ja komm ausnahmsweise ich habe irgendwie warro die letzte zeit nie wirklich verfolgt so wenn man nicht weiß wie ich aussehen man weiß doch bei den meisten leuten wie die aussehen naja nicht bei vielen bei warro also geht ja genau vor allem wenn die nun mein kopf bringt die ganzen großen youtuber die warro mitmachen bringen mehr als nur mc ja eben außer ein paar ein paar ein paar wenige ein paar wenige ein paar wenig wie ich so ein pizmi typi da nein aber du hast diesen namen heute schon gesagt bloß nicht als frage kleiner tipp ja du bist eh keine ahnung was ich noch fragen soll ich habe alles gefragt und ich kann das nicht weiter einwählen ich kann auch keine zahlen mehr nennen das heißt ich kann nicht ungefähr einschätzen wo ich bin bin ich nicht nilo hat er bei warro mal mitgemacht 11 11 11 führe ich den kanal alleine ja was du ohne willst du willst mich doch wirklich verarscht nein ja genau ich frage jetzt einfach alles durch was geht habe ich auch schon gefragt doch ich habe die aufnahme habe ich habe das noch gefahren hast du dich doch sagt habe ich so eine liebe zwischen einem anderen kanal und mir wie stege und mc expert da habe ich doch danach gefragt hast du nicht ich schicke dir die aufnahme ich schicke die totspur ja das ist doch voll scheiße jetzt wenn ich mc expert ja ich kann dich werden richtig gefahren kann deshalb oh mein gott ja okay willst du jetzt noch weiter raten oder nee was soll ich dir sagen okay wer war ich bist da woher wow wäre ich nie drauf gekommen du hast mich sogar noch gefragt wie ich ihn kennengelernt habe und alles ja klar aber dann denke ich doch nicht hier dabei drauf du hast mich auch gefragt so wie tim und stegi und hast nicht ihm gesagt ich habe ich erst fast selber verraten weil sie meinte ja habe ich kontakt zu sehen zum beispiel zu ist da wo auch ein kraft und dann dachte ich so scheiße ach man hör aber du hast ihm gesagt du hast keinen kontakt zu dem oder was hast du dich bei meiner frage sagt du hast keinen kontakt zu dem du hast nicht mal gefragt nach der frage also leute auf jeden fall war es das mit dem video schaut bei mir vorhin etwas ja vielleicht schaffen wir 169 likes würde den mark auf jeden fall freuen also du hab mal ein like und ja bis zum nächsten mal haut rein ciao ciao